Ich werde mich darum kümmern. Denk doch einmal bitte über die Konsequenzen nach. Als Judgment-Mitglied darf ich nicht nachlassen. Wir wissen doch alle, dass du immer dein Bestes gibst. Oihara. Ach du meine Güte, die Jugend von heute strengt sich doch besonders an. Wie beängstigend. Das Daihase-Sai. Ein Event, das ganze sieben Tage lang dauert. Es ist das größte Sportevent in Academy City. Das Daihase-Sai.